Das ist eindeutig verfassungswidrig und ist ein permanenter Bruch dieses verbindlichen Verfassungsgebotes und ist in Folge dessen auch Teil eines Dramas, in dem sich der Helmut Kohl befindet. Dr. Geisler, lassen Sie uns über Parteispenden reden. Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Also in den 70er, 80er Jahren war das ein großes Thema in Deutschland. Was war die Situation damals? Ja, wir hatten einen Vorgang, der ja in die Parteigeschichte eingegangen ist unter der Überschrift Flick-Spenden-Skandal. Komischerweise ist die CDU damit immer hinein verwoben worden, obwohl die mit dem Flick-Spenden-Skandal nun überhaupt nichts zu tun hatte. Denn es ging um die Frage, ob eine Steuerbefreiung, die der Flick-Konzern im Jahr 1976 bekommen hatte, herbeigeführt worden ist, durch eine Bestechung des damaligen Bundeswirtschaftsministers Lambsdorff, der Mitglied der Regierung Helmut Schmidt, SPD, Klammer auf, Klammer zu, gewesen ist. Der Flick-Konzern hat an die politischen Parteien Spenden gegeben. An die CDU auch, aber auch an die SPD und auch an die FDP. Und das Problem war, ob durch diese Spenden politische Entscheidungen beeinflusst worden sind, ist der zentrale Punkt Spenden in Verbindung mit möglicher Bestechung. Das heißt, Einflussnahme auf politische Entscheidungen. Und das hat zu grundsätzlichen Auseinandersetzungen geführt. Die Frage der Steuerhinterziehung hat eine große Rolle gespielt. Auch die Frage der Bestechlichkeit oder der Vorteilsnahme. Lambsdorff ist ja auch verurteilt worden, ein großartiger Demokrat, ein aufrechter Mann, der aber in der damaligen Situation der 70er Jahre bei diesem Deal, so will ich einmal sagen, zwischen Flick und dieser Steuerbefreiung fahrlässig gehandelt hat. Und es hat deswegen ja zu einer erheblichen Auseinandersetzung geführt innerhalb der politischen Parteien. Aber mit der Folge, dass eben ein Parteienfinanzierungsgesetz beschlossen worden ist. Und die Fehler, die damals oder bis dahin gemacht worden sind, bis Mitte der 80er Jahre, diese Fehler, die sollten für die Zukunft vermieden werden. Das ist zu einem großen Teil auch geschehen, aber letztendlich doch nicht bis zum eigentlichen Kern bereinigt. Und zwar deswegen, weil zwar die Spenden in ihrer Höhe, was die steuerliche Abzugsfähigkeit anbelangt, begrenzt worden sind. Und zweitens Transparenz vorgeschrieben wurde. Was aber das Grundproblem nicht löste, dass eine politische Partei auch heute noch, um arbeiten zu können, als wichtigste Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der Demokratie, dass es politische Parteien gibt, die arbeiten können, die natürlich auch finanziert werden können, dass dies nur durch Spenden nach wie vor möglich ist, durch Beiträge und Spenden. Das halte ich für einen ganz gravierenden Fehler. Man hat die letzte Konsequenz eigentlich noch nicht gezogen, nämlich die Spenden als Mittel der Parteienfinanzierung überhaupt abzuschaffen. Nochmal zu Graf Lambsdorff. Sie haben eben gesagt, er hat fahrlässig gehandelt. Kann man noch sagen, Graf Lambsdorff hat sich bestechen lassen? Das würde ich nicht sagen. Er ist ja auch nicht wegen Bestechung verurteilt worden. Nein, der dazu war viel zu unabhängig. Der hat sich nicht bestechen lassen. Aber es war eben de facto doch ein Kausalzusammenhang, wenigstens aus der Sicht der Gerichte vorhanden. Es gab in den 80er Jahren, und das finde ich wichtig und entscheidend, ein Grundproblem, so will ich es einmal nennen, ob Spenden an politische Parteien steuerlich berücksichtigt werden können oder nicht. Da waren selbst die Finanzbehörden und die Finanzgerichte über lange Jahre hindurch unterschiedlicher Meinung. Das ist dann im Zuge dieser Diskussion bereinigt worden. Aber der Grundfehler der damaligen Parteienfinanzierung, im Grunde genommen hat das Auswirkungen gehabt, dann bis Ende der 90er Jahre, bei dem weiteren Spendenskandal, so muss man sagen, der die CDU erschüttert hat, nämlich die Weigerung von Helmut Kohl, die Spender zu nennen. Dieses Grundproblem lag darin, dass wir einen permanenten Verstoß gegen eine Verfassungsbestimmung des Grundgesetzes gehabt haben, in dem eben festgelegt ist, dass die Parteien verpflichtet sind, Rechenschaft abzulegen über die Herkunft ihrer Gelder. Das hatte ihre Ursache in der Geschichte der Weimarer Republik, weil die Nazis und die deutschen nationalen Parteien von der damaligen Schwerindustrie, so wurde die Großindustrie genannt, finanziert worden sind und die Mütter und Väter des Grundgesetzes verhindern wollten, dass solches in dieser neuen jungen Demokratie noch einmal geschieht. Also die absolute Offenlegung der Herkunft der Spenden. Das ist von allen Parteien bis Mitte der 80er Jahre missachtet worden. Ich habe damals für die CDU im Parlament, im Bundestag geredet. Ich war damals Generalsekretär der CDU. Ich darf vielleicht mal zitieren, was ich unter anderem damals gesagt habe. Also nicht nur, dass die SPD genauso Spenden von Flick bekommen hat. Die SPD hat nicht nur Spenden von Flick bekommen, die hat auch Spenden vom DGB bekommen. Das war eine besondere Form des dialektischen Materialismus, den wir da in der Parteienfinanzierung erlebt haben. Aber ich habe den Artikel 21 Absatz 1 Satz 4 des Grundgesetzes noch einmal in Erinnerung gerufen, wo das Gebot formuliert worden ist, über die Herkunft und Verwendung der Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft zu geben. Ich habe damals gesagt, dies nicht rechtzeitig gesehen und beachtet zu haben, muss uns eigentlich alle betroffen machen. Es kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, aber dies wird sich nicht mehr wiederholen. Dies unseren Bürgern gegenüber verbindlich zu erklären, ist für die CDU-CSU-Fraktion das erste Ergebnis dieser Debatte lebhafter Beifall bei der CDU-CSU und der FDP. Leider hat es sich eben doch wiederholt. Das ist der eigentliche Vorgang, warum wir auch in der CDU nun immer wieder die Diskussion haben, wegen Helmut Kohl, der seinen Ehrenvorsitz verloren hat in der CDU, weil er sich bis auf den heutigen Tag weigert, über die Herkunft der 2 Millionen Spenden, die er bekommen hat, öffentlich Rechenschaft abzulegen und sich darauf beruft, nicht wahr, den Leuten, die ihm das Geld gegeben haben, das Ehrenwort gegeben zu haben, ihre Namen nicht zu nennen. Das ist eindeutig verfassungswidrig und ist ein permanenter Bruch dieses verbindlichen Verfassungsgebotes und ist in Folge dessen auch Teil eines Dramas, in dem sich der Helmut Kohl befindet. Genau.